Von daher würde ich sagen, ist das auch erstmal unsere oberste Priorität. So, dahin. Ha, ich mag sowas, ja, ne? Da ist der alte Hayopai. So, dann ist der Geschichte. Und wir können uns in aller Seelenruhe um alles andere kümmern. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Ohne möglichst wenig Schaden zu nehmen. Oh, da. So? Oh. Hmm, fuck. Let me go. Ja, muss ich mir auch wahrscheinlich jetzt so gefallen lassen. Ich spiele hier ein bisschen Weichei mäßig. Aber so mache ich das halt. Ach Gott. Was war das denn? Haralds? Schwindmond Krummschwert. Okay. Anhänger, Säbel. Ja, Haralds Großkrummschwert. Huiuiui. Ja, es wird wahrscheinlich auch wieder extrem geile Waffendesigns geben. Gut, wir gehen aber jetzt hier erstmal hier oben weiter lang. Denn da haben wir ja noch eine Rechnung offen mit einer guten alten Dame, die da auch lang lief. So, unsichtbar machen. Oh Mann. So, Uhlenkarton. Flammenfächer. Na? Hallo. Ah, hier ist jetzt auch nichts. Ah doch, wir können uns da runterfallen lassen. Uh. Oh, wir können uns auch da runterfallen lassen. Dann machen wir das doch zuerst. Ach, da hätte ich auch fast ein Item übersehen wieder. Wüstenpyromanten Kapuze. Oh Gott. Gute gut. Ah, hier haben wir auch wieder Gale. Oh, da ist ein Bonfire tatsächlich. Da würde ich sogar glatt sagen, dass wir uns das erst einmal sichern. Und? Und? Oh, wo kommen wir hier denn hin? Ah, alles klar. Da ist also der Weg. 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 jetzt hier erst einmal eben wieder zurück zum Bonfire runterfallen lassen. Das kommt auch sehr gelegen. Gut. Am Leuchtfeuer war es. Wage den Sprung. Du wirst nicht... Ja, haha, am Arsch. Da springe ich noch nicht runter. Ich bin doch nicht lebensmüde. Ich werde mich erst einmal hier runterfallen lassen. Ja, wo kommen wir hier hin? Ah, das sieht ja auch geil aus hier, ey. Kannst du mir sagen, was du willst. Oh, haben die da zweimal das gleiche, den gleichen Asset genommen? Einmal jetzt hier über unserem Kopf und da über unserem Kopf. Sieht doch relativ gleich aus schon. Oh, das sieht ja so gut aus. Und mir über die Nase. Oh Gott, ich könnte mir das einfach auch eine Stunde lang anschauen, ne? Vor allem, ich komme mir so klein vor. Oh Gott. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal nochmal hier wieder oben hoch. Denn ich würde das Sumpfgebiet auch ganz gerne noch abgrasen. Na, Arschloch. Oh, da fehlt uns noch ein Item. Jetzt, wo der Engel da weg ist, ist das eh... Jacke wie Hose. Oh, dieser große Fettsack da. Komm du mir mal her. Wunderbar. Wären wir den auch los. Aber ich glaube, da gab es noch mehr davon. Ah, lila Moosklumpen. Ja, ich sag's, irgendwas ist mit meinem Laptop los. Der hat überhaupt kein Internet irgendwie, gefühlt. Wüstenpyromantenrock. Machen wir uns erst einmal eben wieder unsichtbar. Ah ja, genau. Hier, dann da runter. Das wäre angenehm. Oh, die kommen sogar alle zu mir. Haha. Ja, immer her mit euch, Freunde. Na, komm. Du auch noch. Super, Tofte. Können wir anscheinend tatsächlich bedingungslos looten. Ohne irgendeine Gefahr zu spüren. Ohne irgendeine Gefahr So, Lendentuch. Wir nehmen Flass. Und schauen mal, was uns da gleich erwartet. So ein Gefährter auf jeden Fall. Oh Gott. Holla, die Waldfee, hat der einen Schaden gemacht. Oh Gott. Ich hoffe, ihr zeigt mir das Wort, dass ich einigermaßen ruhiger bin. Denn, ich bin hier auch ein bisschen konzentrierter als sonst irgendwie. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck. Gott, ey. Gott im Himmel. Joa, dann... Sind wir hier eigentlich auch so weit durch, ne? Wir haben alles gelootet. Würde ich jetzt mal so behaupten? Also können wir oben nochmal lang. Ich weiß nicht, ob da noch was war. Amen. Ja.